Schöne Zähne stärken unser Selbstbewusstsein. Gerade heute ist ein gutes Aussehen auch ein Stück Erfolg, ob im privaten oder im beruflichen Leben. Damit Ihre Zähne gesund und schön bleiben, wird Ihnen im Zahnmedizinischen Zentrum Blaues Haus in Landscheid das gesamte Spektrum der Zahnmedizin angeboten. Unter der Leitung von Zahnärztin Gerrit Erlinger-Schömann und Oralchirurg Dr. Martin Emmel hat sich in unserer Praxis ein Team gefunden, das alle Bereiche der modernen Zahnmedizin abdeckt. Diese reichen von der Prophylaxe, Kieferorthopädie und Ästhetik bis hin zur Implantologie und Oralchirurgie. Im Rahmen der ästhetischen Zahnheilkunde können Zahnfehlstellungen minimalinvasiv oder mit fast nicht sichtbaren, herausnehmbaren Alternativen korrigiert werden. Die Implantologie bietet in nahezu jeder Situation eine flexible und schonende Lösung bei Zahnverlust an. Auch hier steht eine umfassende Beratung zur Funktion und Ästhetik unserer Patienten an erster Stelle. Die Prophylaxe beugt Karies und Zahnfleischerkrankungen vor. Die Folgen dieser Krankheiten gehen weit über den Verlust an Zähnen und Zahnsubstanz hinaus. Sie führen zur Belastung des gesamten Organismus und können ihren allgemeinen Gesundheitszustand negativ beeinflussen. Mit kompetenter Beratung und professioneller Zahnreinigung beugen wir vor. Die Behandlung von Kindern erfordert eine besonders behutsame Vorgehensweise. Kinderzahnheilkunde bedeutet in unserer Praxis zuerst einmal das vorsichtige Heranführen der Kinder an die richtige und regelmäßige Pflege der Zähne. Zahnmedizinisches Zentrum Blaues Haus. Ihre sympathische Praxis für den schönen und gesunden Zahn. Ihr Lächeln ist der Schlüssel zum Glück. Ihr Lächeln ist der Schlüssel zum Glück. busten Beisp ahn. Sagenf mal 424- umge задачiße. Das이고, die Beispiele war gleich bariert hat. Mis đi Da. Deeee interpersonal Schnarch 합니다. Pres dieser Schicksal des Hut- ethicals.